OUU, Oberösterreichs Originale, der Podcast mit Live-Radio-Reporterin Martina Schobesberger. Heute sind wir hier im Katzenhaus im Tierheim in Linz, weil ich besuche heute eine echte Katzenstreichlerin, die Sarah Brandstetter aus St. Georgen an der Gusen. Hallo Christi. Hallo. Was macht denn eine Katzenstreichlerin? Ja, also eh wie der Name eigentlich schon sagt, man kommt her und geht in die verschiedenen Katzenstuben rein und streichelt eben die Katzen, spielt ein bisschen mit ihnen, kuschelt, je nachdem, was sie halt gerade wollen. Warum ist denn das nötig? Ja, im Tierheim sind sie halt trotzdem allein und natürlich werden super betreut von den Mitarbeitern im Tierheim, aber die haben halt auch nicht die Zeit, dass für jede Katze die Zeit erübrigen, dass sie kuscheln, dass sie streicheln, einfach für sie da sind und da komme halt ich ins Spiel. Jetzt nehme ich mir an, sind die ja nicht alle so richtige Schmusekatzen, zu denen du da zum Streicheln kommst, oder? Genau, ja, aber man merkt es eigentlich eh gleich, wenn man reinkommt, die meisten vergrüchen sich halt in einer Buchs und lassen sich eventuell sogar auch angreifen, aber die meisten kommen auch zu rüber. Ah doch, und ist dir das noch nie passiert, dass einmal eine so richtig hagelt und faucht und auszuckt? Nein, also man merkt das eh vorher, wenn eine Katze jetzt nicht angreifen werden will, ich meine, das sollte man halt schon ein bisschen kennen, genau. Wie gehst du das an, wenn du da reinkommst, was hast du da für eine Strategie? Ja, einfach einmal schauen, wer da mal maunst, wer Kontakt aufnimmt, einmal zu rüberkommt, ich nehme mir auch oft eine Decken mit einer, sitze mich her, dann kommen sie eh schon zu rüber und dann einfach streicheln, schmaulen, viel hüpfen dann rauf auf dem Schoß oder was, spielen mit einer, auch die Katzen, die in der Box drinnen liegen zum Beispiel, geh einmal hin, streck die Hand rein, lass sie einmal schnüffeln, schau, ob sie überhaupt nicht angreifen werden wollen oder zumindest ein bisschen sie streicheln lassen, genau, und so geh ich halt von Stube zu Stube. Wie viel Kratzer klickst du ab? Eigentlich bis jetzt ein, aber der war ja auch nicht so schlimm. So, und wir gehen jetzt ins Katzenhaus Nummer 4 und die Sarah breitet eine rote Decke aus. Genau, also er zum Beispiel ist voll verschmust, der schaut auch dann immer bei der Tür beim Fenster raus, wenn man rein will, und auch beim rausgehen, also der würde mir am liebsten mitgehen. Der ist aber jetzt schon ein paar Wochen da, also den kenne ich auch schon länger. Der ist aber voll verschmust, also wirklich, mit dem kann man alles aufführen. Da schleicht sich noch von hinten so mit einem ganz buschigen Geschwanz eine an? Ja, also die zwei da, was man sieht, die sind neu, also die kenne ich auch noch nicht. Die draußen, da sitzt auch noch eine, die ist auch schon länger da, also... Aber man sieht es ja, die sind noch ein bisschen skeptisch, die kommen nicht gleich her. Also die hat ganz schmale Augenschlitze und starb mir auch. Ja, neugierig einfach, also das... Die weiß nicht, ob ich jetzt zu mir gehe oder nicht. Und hast du selber eine Katze? Der Freund hat zwei Katzen daheim, genau. Wie hast denn du angefangen mit dem eigentlich? Also ich habe mir immer schon gedacht, ich möchte gerne im Tierheim ein wenig mithelfen, weil die Tiere halt einfach auch arm sind und man so irgendwie ein wenig einen Beitrag zurückgeben kann. Und ja, ich habe dann einfach eine E-Mail hergeschickt und habe gefragt, ob ich irgendwie helfen kann, ganz egal was. Und dann ist halt die Anfrage gekommen, ja, Katzenstreichler suchen wir. Und dann habe ich gleich einen ersten Termin ausgemacht und seitdem eigentlich schaue ich, dass ich einmal in der Woche herkommen kann. Und wie haben da noch Katzenstreichler und Katzenstreichlerinnen braucht? Brauchen ist, glaube ich, relativ, aber schön, sicher. Umso mehr, dass sie da sind, umso mehr haben wir auch die Katzenbeschäftigung und Streichleinheiten. Also ich glaube, zu viel gibt es da gehört. Was ist für dich das Schönste daran? Oder gibt es irgendein besonders emotionales Erlebnis, das du einmal gehabt hast? Emotional, ja. Es ist einfach schön, wenn Katzen herkommen und zum Schnurren anfangen. Und das ist halt irgendwie das Feedback, man macht es nicht, wenn man es sonst. Genau. Und es ist auch irgendwie ein Abschaltenkinder vom Alltag, wenn man da herkommt und einfach eineinhalb, zwei Stunden sich mit den Katzen beschäftigt. Und dann, genau, tut man halt im Alltag weiter. Und hast du da schon richtige Lieblinge? Ja, also eh den da, den man da sieht. Und das letzte Mal, wie ich da war, da war eine Babykatze da, ein Schwarzer. Also der war auch richtig lieb, verschmust, verspült. Der war richtig süß. Aber scheinbar ist er jetzt nicht mehr da, also er dürfte er zu Hause gefunden haben. Gott sei Dank. Und ist das nicht so, dass du dann voll verliebst in eine Katze und die eigentlich gerne mit Hause nehmen, wenn du mich hast? Ja, bei manchen ist es schon so, wenn man dann rausgeht gerade oder sie schauen dann durchs Fenster nach und manzen und wollen einfach nicht, dass man geht. Dann ist es schon so, dass wir es am liebsten einpacken, da mitnehmen. Aber man kann nicht, da hätte ich jetzt 20 Katzen da haben, glaube ich. Das wäre nicht so super. Man kommt halt dann wieder. Ja, genau.